Ruf die Schweine, willkommen zu einer neuen Folge E-Wolf, E-Wolf, Sturzkommando, Sturzkampfbomber Ah, ey, hör auf an dir Wo seid ihr denn? 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 Döndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndönd. Ah! 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 Also ich sag jetzt mal nichts ne? Nicht! 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 Oh nein... Nicht! Nicht! Äh, in unserem Gang ist gerade eine Enderkatze. Ist das einer von euch? Nein. Nein. Die sind glaub ich ziemlich tödlich. Kill it. Ey geil! Dadum dadum... Ah! Was ist das?! WAS IST DAS?! Was ist das?! Was ist das?! Das bist du?! Die Ansicht ist auch so geil, weil du richtig so auf dem Boden am Gerumen bist. Ich will es töten. Das ist mal die Ender-Cutze töten. Ja, ich erinnere mich nur, dass da in der ersten Folge ziemlich viele dran sind. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ah, hier unten. Ah, nein, nein! Lass mich in Ruhe! Ah, er ist gerade verbrannt, er ist gerade verbrannt. Hat sich darüber jetzt verwandelt? Let's see. Erstmal bin ich nach oben. Ja, müsstest du. Darf ich dich dann töten mit dir haben? Nein, niemand tötet mich, Andi. Ich aber habe. Wenn solltest du mich ein einziges Mal töten für den Skin, ohne dass du mich gefragt hast, wenn ich dich immer... Deswegen zeig ich mich ja vorher. Ja, genau, aber ich sage nein. So. Weil ich möchte ja meine Alleinstellungsmerkmale nicht verlieren. Ach, jetzt auf einmal. Weißt du, wenn ich das mache, nur dann holst du rum. Hör auf. So, Andi, du kannst jetzt ein bisschen grinden, finde ich. Mal ein bisschen was Sinnvolles machen. Nicht töten, Andi. Lass es bitte! Haben wir es was? Miau. Andi, du wolltest schön grinden, du wolltest Spaß haben, hast du gesagt. So. Die Visa-Katze ist so schwer zu besiegen gewesen. Es hat mich den ganzen einen schwer... Ja, ich lachte. Das war eine Enderkatze, keine Visa-Katze. Äh, ist... Ach so. Ah. Is this the difference? Ja. Die Visa-Katze wird groß. So. So. Cut it. Äh. Und wieder back. Was schreibt er? Du bist... Bist du das... Der, der beim... Beim Toten wohnt? Tim-Flash. So, ah, endlich. Ready-Kat wird das geschrieben mit Ä, ne? Ready-Kat. Oh Gott, Andi, das ist peinlich. Nein! Hm? Ich dachte, aus Cotton kommen Wollfäden raus. Also Fäden... Komm nicht? Nein. Es kommt dann raus. Einfach ganz normale Wolle. Sorry, wofür brauchst du Strings? Frag ich nicht. Schon wieder geheime Projekte am Planen. Das kann ich nicht akzeptieren. So, den ganzen Wertvollsten. Nämlich mit mir. You spin me right round, baby, right round. Like a wrecked baby, right round, round, round. You spin me right round, round. Ist das Debitor und die Fledermaus da oben, oder bist du das, Andi? Ich bin am Grinden. Die Fledermauser am Himmel ist Debitor. Tut ihn. Haben wir schon Rubber? Andi, du hattest doch irgendwie Rubber-Trees, ne? Ah, Raw Rubber. Musst du das brennen? Äh, ja. Sehr gut. Boah, das nervt. Die Kohle geht immer automatisch in den falschen Slot rein. So. Ähm... Äh, wir können auch gedrückt halten. Ach, wirklich? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ja gut, die Bomb-Cole ist jetzt total nutzlos. Ich dachte, schade, ich hatte eigentlich was cooles vor, die Folge. Ähm, Kian, was kann ich machen? Der Töter wird spinnen. Äh, Iron ist immer gut. Okay. Oder Ressourcen. Ja, okay. Aber weil, ja, hauptsächlich Ressourcen müssen. Wir haben genug Eisen, Alter. Sure. Wofür? Ich muss erst mal kurz den Jimitor abfangen. Ey, wollten wir nicht irgendwie in Genitor oder sowas? Was ist Erde? Ja, ich arbeite ja dran. Wer denn? Guck ihn dir an! Was ist er? Ja! Was ist die Jimitor? What the fuck? Lass ihn leben. Nein, er will ihn töten, um ihn zu kriegen. Ja, ja. Oh. Schnell uninteressant machen. Erste Fledermaus, tötet ihn. Schnell uninteressant machen zum Töten. Verfolgungsjagd. So. Okay, du arbeitest du gerade an einem Genitor? Erstmal im Bed-Box. Ja, meine ich ja. Also alles, was dazugehört halt, ne? So. So. Wo stellen wir das dann auf? Ja, erstmal provisorisch, ne? Ja, draußen dann, oder? Also hier darf... Nein, hier. In the Crib. Muss eng sein. Muss tight sein. Hier ist aber gar kein Platz drin. Puh, das hast du gesagt. Okay. Will mir nicht mal über ein Dach sein, dem ihr das hier erweitert habt. Ja, ich darf das. What sound you make? Zack. Zack. 2, 3, 4, 5, 6. Zack. 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 Nein, nein, nein! Däh mich doch, du Arsch! Däh mich doch, du Arsch! Ja, ich bin gekommen. Puh, das war knapp. Er wollte mich in seinem Loch opfern. Seinem Loch opfern? Haha! Well, maybe we get it wrong, but... Mmm! Generator. Also in diesem komischen Leuchteding, in dem ich schon mal verreckt bin. Achso. Ich wusste nicht, dass Stice hat mich dahin gelockt und mich reingeschlagen. Okay, warum bist du so langsam? Hä? There's no, ain't no, 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 no crafting like before and ever. You know that? You know that feel, man? So, 8 Ironplates brauchen wir. Ja, aber was brauchen wir noch außer Ressourcen gerade? Mmmh... Andi, du machst auch gerade überhaupt nichts. Doch, ich fliege gerade zurück. Mmmh... Klar, weil... Um mehr zu bekommen, brauchen wir Ressourcen. Außer du hast gerade irgendeine Idee, was du sonst craften willst. Ich würde gerne was cooles machen, außer... außer buddeln. Ja, aber gerade? Hast du keinen Quest für mich? Nee, war doch irgendwie nicht. Mein Dibitur hat keinen Bock mehr auf dich, Andi. Hä, wieso? Das war ein lustiger Verfolgungsjahr. Wir müssen übrigens unsere Hut mal anbinden, ne? An was? Achso. Ja, aber wir haben ja noch keinen Weg. Ja, Don, wie wäre es, wenn du dir mal überlegst, welche Materialien wir brauchen fürs Haus und schon mal übelste Outlines? Könnt ihr auch zusammen machen. Andi scheint ja auch nur am... Ich grind jetzt. Ja, aber dafür brauche ich... Wir hatten auch diese Art Vorlage, also so ein Haus, was wir vielleicht so ähnlich bauen wollten. Achso. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich überhaupt. Ähm, ich finde, wir können es auch ruhig frei bauen. Okay. Also, ich würde es auch mal komplett frei bauen. Ja, Andi, dann mach doch mal... Andi, mach dir es doch gerade zusammen. Auf jeden Fall Queried Stone. Ich hab ja gleich Macurator und Generator. Auf jeden Fall Queried Stone. Was für ein Stone? Queried Stone. Sieht der cool aus? Ja, das ist dieser Weiße. I wanna see. Wo ist denn der? Bei Batteries haben wir... Achso. Hey, wo ist der hin? Aber... Queried Stone. Wie macht man die einfach Stone in dieses Ding tun? Oh, ich hab' ihn gar nicht mehr. Ja, ist verdammt. Ich will mal riechen. Ja, oder wie sieht's mit Marble aus? Queried Stone ist hübscher, weil den kann man so cool machen. Marble sieht einfach irgendwie genauso aus. Hast du noch Holz, Däumen? Ähm, wofür? Bad Box. Ja, brauchst du Sticks oder Holz, wirklich? Holz. Nee, aber ich fäll' kurz nen Baum. Gut. So, da hast du da rein. Also wie gesagt, das würde ich dann schon jetzt bald mal angehen, ein ordentliches Haus, ne? Weil, warum ich? Äh... Also braucht man ja den mega krassen Stuff und wir... Machen wir mit Microblox? Ja, schon, teilweise. Ja, ich mein, aber das kommt die komplette Hauswand und so? Nee. Nee. Bei, beim letzten Mal war's das gar nicht so krass, fand ich. Hey, wir haben's doch nicht gemacht. Also... Also, bei, bei Hero, bei Hero. So. 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 Hm. Ja, Andi, wo bist du? Ja, Queried Stone holen. Ach so, gut. Und, äh, ja, Queried Stone hat irgendein Holz, oder? Oder... Oder... Ja, irgendwo muss Holz hin, oder? Ja, auch gut. Wie war das nochmal bei der, bei der Bedbox, oder generell diese komischen Noppen sind, ist der Eingang oder Ausgang? Äh, wenn's, 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 ich glaube, es gibt nur einen... Das ist der Ausgang. Wenn's nur eins... Es gibt nur einen Ausgang. Genau. Oder? Ja, ja, es gibt immer nur einen Ausgang. Seh ich. Dann legen wir den nach hinten. Es gibt ja so viele E-Bonnie-Woods, es gibt so viele interessante Holz. Bonnie-Woods? Ach, Ebony-Wood. E-Bonnie, Alter! E-Bonnie. E-Bonnie-Woods.net, oder was? Scheiße, wie heißt nochmal der... Das Ding zum Abbauen von den Dingern, von den IC2-Kisten. Äh, Wrench. Wrench, danke. Ja, ich bringe eigentlich noch ein paar Saplings mit. Oder, warte, ich geh gleich nochmal. Wie heißt das Ding, womit man sich die Saplings direkt holen kann? Grinder. Grinder? Ja. Also, aber wir wollen Dark Oakwood nehmen. Hä, nein, das Ding ist nicht Grinder, Kian. Äh, Graper. Äh, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt hellen Stein haben, würde ich dazu ein dunkles Holz wählen, oder? Kian, es gibt keinen Graper. Ja, aber soll das Holz braun, oder? Hä, ist hier kein Schaffmann Graper? Soll das Holz braun, oder schwarz sein? Tatsächlich scheinst du ihn hier nicht zu geben. Hä? Äh, was? Komm mal ein, mit ins Bett. Soll das Holz braun, oder schwarz sein? Ja, irgendwie was schön zu weiß passt. Können wir ja gleich testen. Ich muss nur nochmal das angucken, was Andi jetzt überhaupt haben wollte. Oh, hat jemand einen Timer gestellt, den ich nicht höre? Ich auch nicht. So. Ich will wissen, wie sieht das Holz von diesen Schneebäumen da aus? Schneebäumen? Ja, ihr könnt ja alle Zepplings mal so durchtesten, die wir schon haben. Und dann die optimalen Lösung raus. Ein bisschen Bonen müssten wir jetzt haben, glaube ich. So, Iron habe ich noch, Tinders. Tin, tin. Komm schon irgendwo mit. Also, der ist richtig wie Quarried Stones, aber. So. Ich will zu den Schneebäumen. Du musst erst mal hochklappeln, kraxeln. Kian, ich hab den besten Hut. Stimmt, warum fliege ich eigentlich nicht? Echt? Sage ich nicht, zeige ich euch gleich. Mimimi. Den muss man zeigen, dann wirkt der. Dann wirkt der. Ja, ja. Das wäre eine gute Salbe, die muss man einwirken lassen. So. Also, hier ist auf jeden Fall schon was. Haben wir überhaupt schon Spruce Wood? Weiß ich nicht. Kann sein, dass wir es nicht haben. Du bist doch gerade bei der Kiste bestimmt. Ach so. Hier sind gar keine Saplings groß. Ja, es geht nicht. Und auch kein Wood. Da müssen wir gerade die ganze Zeit um Wood battlen. Weil ich kein Wood da habe. Ich komm wieder. So. Äh, was wollte ich gerade noch machen? Ah, Copper Grimpen. Sehr gut. Zack. Boah, das macht echt keinen Spaß, das Ding die ganze Zeit betreiben zu müssen, ne? Ja, wirklich. Ich will nicht gleich so einen ganzen schönen Baum füllen. Ich habe wohl nichts anderes übrig. Was ist das? Was war es denn für ein Schneebaum? Hopps. So, da ist mir doch gerade aus irgendeinem Grund die Aufnahme weggeschmiert. Es ist nicht erwiesen, dass ich schuld bin. Ach genau, äh, und ich bin hier gerade in so einem mystischen, mystischen... Also, das Dolm ist nicht nur die Aufnahme weggeschmiert, er hat sie dann auch nicht fortbesetzt. Ja, zumindest ist er erst später aufgefallen. Ah! Du guckst ja auch nicht die ganze Zeit auf die Rotterzahl. Na, was guckst du dann? Der Baum hat gepupst. Er hat gepupst. Ich habe... Wie viel FFs hast du jetzt eigentlich so beim Aufnehmen? So mal, aus Interesse. Aus Interesse? Gerade in diesem mystischen Wald habe ich lustigerweise nur 25. Vielleicht, ah gut, vielleicht zieht der ja mehr. Äh, ich habe wieder... Ätheral Essenz. Ätheral Essenz. Einfach mitnehmen. Ne, jetzt habe ich wieder über 30, keine Ahnung, jetzt über 40, irgendwie... Jetzt 60, hm, keine Ahnung. Jetzt ist konstant... Ja, aber vielleicht zieht der Wald irgendwie besonders, das kann nicht sein. Ja, oder ich war gerade in einer komischen Position. Äh, 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 das ist jetzt so G-Set. Ich meine, ich will die ganze Zeit nur einen Jetpack hochfliegen, sonst fällt mir auch, ich habe keinen Jetpack. Na, ich fällt dir auf, du hast einen Fledermaus. Du hast einen Fledermaus. Ja, aber die ist nicht ansatzweise so... Äh, achso, und ich glaube, es war auch, als du gerade weggeschmiedst, was? Ich habe den Macarator fertig, and he's running, he's running, he's running, like a motherfucker. So, dann mach ich auch gleich mal Electric Furnaces, 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 dafür brauchen wir noch mehr Copper Cables, Copper Cables... Leute, Tiger wird sieht richtig geil aus. Tiger Woods, zeig mal. Look at this, look at this, look at that. Wo ist it? Wo ist it? Oh, aber nicht zu... Aber als Boden, ist das geil. Vielleicht als Veranda. Ja, das meine ich ja. Aber nicht innen, also ist halt schon krass. Brauchen wir ab, bitte, ich habe keine Axt. Also, ja, hat irgendwie was. Also, ich würde schon entweder was Dunkles, glaube ich, dann im Bau verwenden, oder irgendwie was Farbiges halt. Geht natürlich auch. Aber halt nicht Oak, ne? Ich fahre mir mal kurz dort, ne? Alter, was ist denn dieser königliche Berg hier? Der königliche Berg, der Könige. Man kann übrigens aus Peridot, kann man auch Bergzeuge machen. Aha. Aha. Dieser Berg besteht aus Crackrock. Was ist das denn? Crackrock? Ist das ein Crystalberg? Haben wir noch Rubber? Irgendwie? Wo kriegen wir Rubber her? Ja, du hättest, äh... Nein, ich habe ja nur die Tropfen gehabt. Haben wir hier Zaplings? Hattest du nicht mal welche? Nee. Wir müssen mal einen Rubber-Tree finden, eigentlich. Ich habe Wasser-Artischocken-Samen bekommen. Wasser-Artischocken-Samen. Ja, die kann man im Wasser anpflanzen. Artischocken kann man essen. Also, du könntest, oder Däumen, wenn du vorbeifliegst, einen Rubber-Tree, die Saplings bräuchten wir. Ja, die haben so komische, die haben so knubblige Blätter. Knubblige Blätter. Erkennst du von oben, sieht anders aus als der Rest. Okay, warte, ich muss irgendwie mal wieder Richtung der Heim. Hey, die sind doch generell mit dem gelben Holzdurchschnitt und so spitze. Nee, andere sind das, das sind ja nicht die, die ich dir mitgebracht habe. So, ist ja egal. Das ist gar kein Meer, an dem wir wohnen, das ist einfach nur ein Riesensee. Richtig. Ja. Das ist mir aber egal. Good to know. Na. What the fuck? Was macht der Squirt da? Da ist ein Squirt mit dem Helm. Ein Squirt mit dem Helm muss sterben. Hä, was ist das denn? Was ist das denn für Ena? Ich habe Robots-Recepting-Skieren. Sehr gut. Ja, wer etwas einen Hut hat, dann muss es auch das Prinzip gekillt werden. LOL. Ja, ist echt so, egal was es ist. Was hast du für einen Hut bekommen? Facehugger. Was? Ist das so ein Half-Life-Viech? Nein, das ist so ein Alien-Ding. Ein Alien-Ding? Ja, von Alien. Zeig mal bitte. Von Alien? Show, please, du kriegst das Torrid dafür. Wer are you? Also, ich pflanze die Rubber-Bäume hier vorne. Hier bin ich. Hier unten. What the fuck? Ist das so ein Ding, was dich dingst halt? Ist das das, was du meinst? Nein. Ist mehr random. Warte mal stehen, warte mal stehen. Du siehst im H-Menü besser, was das ist. Es hat ein Gesicht. Ja, genau. Das ist zur Hölle. Das ist creepy. Die ist cool. Halt die mal auf. Das ist Ashcap. Ich bin ein Pikachu. Ich will kein Pokémon-Trainer sein. Ich bin ein Pikachu. Ich bin ein Pikachu. Das ist witzig. So. More Ores to be dumb. Zuck, zuck. Ich hab dir die Rubber-Trix hier draußen angepflanzt, wenn du bei uns hast, dann kannst du einbauen. Wir haben einen Bauen. So, ich bin back home. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo stehen die? Ah. Das ist die, ich meinte. Nein, alle verbraucht. Schade. So, Rainer mit, Rainer mit. Nein. Also ich bin dafür, dass unser Haus solche Dimensionen kriegt, in etwa. Andy, look at me. Du meinst, Size matters? Was? Wo bist du? Draußen vor unserem Haus. Wtf. Aber das ist noch nicht das Highlight. Die Highlighter? Das ist auch noch nice. Das Hotdog-Ding ist so geil. Und this is just a long thing. Just a long one. Aber das ist immer noch nicht das Highlight. Ich will den haben. Ice Amor. Andy gibt sich nie zufrieden mit dem, was er hat. Also ich bin dafür, ich hab schon so eine Idee. Guck mal, wir machen hier so, auf diesem Berg. Komm mal kurz raus. Ja. Und hier auf diesem Berg, seht ihr mich? Nein. Alter, wer hat ein scheiß Mensch, Mann? Seht ihr mich? Hier, seht ihr mich? Ja, jetzt seh ich dich. So. Ich will dafür, dass wir hier so entlang so ein Rondell machen. Irgendwas rundliches. Ja, so ein Rundliches. Und dass das dann hier in sowas Grades übergeht. Alter, du machst das grad ganz schön gigantisch. Nein, das ist viel zu groß. Aber dass das hier quasi in sowas Grades übergeht. Und dann hier in so Module aufgebrochen wird. So Kästchen irgendwie noch. Ja. So, kannst du hier so ein Hub haben, wo die ganze Technik steht? Ja, müssen wir überlegen. Ich bin mal gespannt, wie das wieder wird. Ich will irgendwas dagegen wieder so. Aber ich will es diesmal eher klein halten. Nicht so ein Keller. Ich weiß nicht. Ja, ich verlasse es versuchen klein zu halten. Deswegen will ich ja auch hier einen lichtdurchfluteten, großen, kreisrunden Raum haben. Ja gut, ein kreisrunder Raum ist vielleicht auch nicht das Optimum wiederum für die Technik. In der Mitte machen wir eine Säule und da kommen die ganze Technik rein. Die machen wir groß genug. Das wird ein spannendes Spiel, liebe Freunde. So, dann. Ich hoffe, du hast es jetzt aufgenommen. Dann darfst du jetzt wieder die Folge richtig beenden. Äh, genau. Dann bleibt noch ein sangültiges Abo oder lass es bleiben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.